Man gebe acht Journalisten vier Fahrzeuge mit zwei unterschiedlichen Reifenprodukten und gebe den Auftrag diese auf Herz und Nieren zu prüfen. So geschehen im außerhalb von Helsinki gelegenen Fahr- und Sicherheitsgelände des Premier Park. Schwarz, breit und rund war gestern. Die Zutaten der heutigen Reifen sind besser geschützt als alles Gold in Fort Knox. Black Donuts, der Miraculix der Reifenindustrie, weltweit tätig für die führenden Reifenhersteller und bestens vertraut mit dem Reifenaufbau, Profildesign, individuellen Gummi-Missionen sowie Prototypenbau hat sein Produkt ohne Vorbehalte auf die Piste geschickt. Trotz härtester Gangart haben wir Kollegen zwar den Verschleißzyklus der Reifen erheblich beschleunigt, wir hatten jedoch keinerlei Ausfälle und im unmittelbaren Vergleich mit einem namhaften Mitgewerber nicht unerhebliches Potential, insbesondere im Handling und im Bremsverhalten erkannt. Schade nur, dass das Label von Black Donuts aktuell auf einem Reifen selbst nicht auftaucht. Es ist halt so eine Sache mit der Geheimniskrämerei. Für mich wäre Black Donuts ein Qualitätssiegel. !